Das Reißkornmuster hat einen Mustersatz von nur zwei Reihen. In der ersten Reihe stricken Sie eine Masche links und dann eine Masche rechts verschränkt, eine Masche links im Wechsel, bis die Reihe beendet ist. In der zweiten Reihe stricken Sie alle Maschen rechts. Diese zwei Reihen bilden den Mustersatz, den Sie stets wiederholen. Das Reißkornmuster ist eine Masche links im Wechsel, bis die Reihe beendet ist. Das Reißkornmuster ist eine Masche links im Wechsel, bis die Reihe beendet ist. Das Reißkornmuster ist eine Masche links im Wechsel, bis die Reihe beendet ist.